Und herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Minicraft! Ja, Entschuldigung, ach ähm, dass ich letzte Folge so unterbrochen habe, es tut mir sehr leid. Nur, ich habe mich erschreckt, weil... Nun ja, es ist wieder hereingekommen und diesmal nicht mein Bruder. Nun ja, aber auch egal, jetzt noch, ich werde und dieses Mal mache ich vielleicht doch ein paar Minuten, wenn es ausgibt. Jetzt habe ich nur mehr sieben guten Folgen und ich hoffe, es geht sich aus, Leute. Ich hoffe es. Wir müssen es schaffen. Also, wir müssen es schaffen. Also ich muss es theoretisch reinschaffen. Ihr könnt mir ja nur glückwünschen. Ja, also wünscht mir Glück, Leute. Jedenfalls, das Sexton-Pakt ist, ähm, naja, ähm, wie hat das an? Bei uns zulande ist es gerade so heiß. Es fängt erst jetzt richtig der Juli an. Also wir haben eigentlich noch Juni. Ich habe euch den Monat verraten, wo ich das auch nenne. Ja, wir haben Juni 2012. Nein, natürlich. Nächste, sondern 2013. Ich meine, pff. Jedenfalls, ja. Hm. Es wäre auch wieder nett, wenn ihr mir weitere Themen in die Kommentare schreiben würdet. Das wäre sogar sehr nett. Ich glaube, wenn wir hier fertig sind, haben wir genug Holz für Jahre brauchen wir auch unbedingt. Also, was macht ihr denn so insofern? Die jetzt schlau wirken wollen. Die sagen, ach, ich tun nur lernen, weißt du? Ich habe nichts Besseres zu tun, als mein schönes Sommerferien zu verschwenden mit Lernen. Leute, ich meine, wirklich... Manche sagen das? Also... Ich habe... Also, ich hab... schon mal jemanden gehört. Er hat gesagt, ja, ich... Du... Ah! Ah, jetzt juckt's. Äh, naja. Auch egal. Ich ignoriere es. Ich ignoriere es. Und ja. Jedenfalls, wir brauchen Stein, Holz, Samen, alles was... Alles was, ähm... Was soll ich sagen und euch nicht verraten, was das Beste ist. Alles was, ähm... Nützlich ist für Bau... Hm. Ach, die schöne alte Beste sind. Ja. Jedenfalls, ähm... 50er Special mach ich jedenfalls auch. Aber ich weiß noch nicht was. Oh, da muss ich mir das einfallen lassen. Nun ja, jetzt kommt erst das 20er Special, dann das 50er, das dann... Dann kommt das 100er Special, dann nur das 200er, brechen, das dann 400er, 500er, 500er... Ja, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt so weit kommen wird, ob ich das jetzt vielleicht abbrechen werde. Wie, ähm... Nein, okay. Ich lass es. Ich lass es. Ich lass es. Ich lass es. Ich mach keine Kanal-Kanal-Werbung. Obwohl ich diesen Kanal auch... Ein Schaaf? Dann hab ich auch gesagt. Obwohl dieser Kanal ist sehr gut. Ja, sehr, ähm... Ich, ähm... Nehme alle großen Kanäle als wirklich so... die Bewunderung, also ich bewundere die anderen, die großen Kanäle, die wirklich schon, ähm... Boah, über 1000 Abos haben. Ich bewundere die einfach nur. Und die Musik fasst auch gerade so... dermaßen dazu. Ach, cool. Und da ist sie auch, ich mein... Oh, helluja. Na, theoretisch rein könnte ich nicht erzählen. Irgendwann tue ich nicht. Ich war das abbehandeln nicht. Nur... Jetzt sieben Folgen noch. Das macht... Oh, sieben Folgen noch. Das macht mich fast schon nervös. Ich meine... Sieben Folgen dann... Das ist das 20er Spieche. Wow. Ja. Das ist das 20er Spieche. Ja. Die Schrauben ist das 20er Spieche. Ja. Das ist das. Das ist das 20er Spieche. Wann? Ich weiß, was ich noch mal an uns? Ja. Ich weiß, was ich noch mal an. Ich weiß nicht. Das sind die Schlebreaker. Oh, das ist das 20er Spieche. Oh, das ist es den Schleiter der Schleiter. Das ist natürlich ein Schleiter. Muhahahahaha! Check ich nicht, ob ich was aktiviere oder so was. Steinstücke. Cool! Leute, ich sag euch, das ist irgendwie so... Wir haben das ganze Haus jetzt weggerissen und jetzt kommt dieses Haus dran. Hm! Boah, wie viel Material... Schaut mal! Wie viel Material da wirklich so in so einem Haus steckt, das ist nicht so wenig. Und trotzdem auch nicht viel, ich meine... Ja, ich weiß nicht, warum der die... Okay. Nein, wirklich, wir haben keine... Doch... Hätte ich schon gedacht, wir haben keine mehr. Okay, da ist wieder was... Keine Ahnung... Also, ich habe Minecraft auch nicht in der... Vanilla... So, ähm... Erlebt. Also, ich habe nicht in der Alpha Minecraft gespielt, das muss ich jetzt sagen. Und ich habe es nur jetzt seit der 1.4.7 gespielt. Und ich mache jetzt erst in der 1.5.2 ein Let's Play eigentlich. 1.5. Ein Let's Play angefangen. Ja! Das war schon eine große Leistung für mich. Das Texturenpack ist dann wenig dunkler als die meisten. Das merkt man aber, oder? Heu! Ganz schön heiß hier. Also, bei mir. Okay. Okay, das... Hört sich grad. Dankeschön. Große Zeitung, bitte ich mal ein Jahr, 10 Minuten noch. Wir reißen das ganze Haus auseinander. Ja! Ist ja mal wieder schön, ein bisschen Fahnen. Äh, wir haben noch nicht so groß Terrasbon. Hatten wir schon... Ne, ich glaube nicht. Dass man Türen auch nicht stacken kann. Das ist... Nervt irgendwie so. Findet ihr das auch? Also, mich nervt das persönlich auch. Weil... Weil... Die... 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 Pumpen so, dass sie in der Tafel... Das gibt's doch gar nicht, oder? Ha! Ha! Ist der drülle noch erscheinend? Ich höre in ein Bett. Wo ist das Bett? Der Bett ist irgendwo. Der Bett ist irgendwo. Ach, ach, egal. Aber... Hu! Es ist ja schon die E3 eigentlich, oder? Wo ich... Hier das aufnehme eigentlich. Ist das... Ist... Schon die E3? Ich glaube schon, ja. Die E3 ist sogar schon. Ich wäre zu gerne. Aber die ist ja irgendwo, glaube ich, in Amerika, oder? Kein Plan würde es sein. Ha! Ha! Ich bin... Ich... Ich mag nicht... Ich mag nicht... Ich mag nicht... Ich mag nicht... Naja, ähm... Auch egal. Äh... Ich muss... Jedenfalls. Ich muss ein Thema anfangen... Ein Thema, ein Thema, ein Thema... 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 Ich weiß nicht. ja jetzt kommt alles mit steinen steinchen 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 okay und wenn wir das abgebaut haben das wird die hälfte dieser zeit wo wir fahren gehen aufbauen jetzt sind wir alle noch drei folgen noch aufbauen von häusern diese nächste und diese nächste dann fahren also in eine höhe gehen auch ohne monster ich habe kein bock zu sterben vor der 20er special wirklich das müsstet ihr verstehen hallo das war gerade komisch ja jedenfalls ja drei folgen noch waren mit dieser gesehen dann geht's dran ans höhen erkunden und dann 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 ist das 20 der special angebrochen schon eine große leistungen also in den dschungel gehen wir sicher ja jetzt gibt's schon aha ok Okay. Das lassen wir erst da. Oh, das ist ja... Ja, ich hatte es gerade. Da, da! Nein! Das wird das da. Das wird das da. Das wird das da. So. So. Tschüssi, Türchen. Also Türrand brauchen wir gar nicht, Leute. Hm. So, jetzt steinchen. Schauf mal ab. Ja. Wie gefällt euch denn so Minecraft? Wünscht ihr euch, äh, wirklich so mehr in Minecraft? Also, ich mich schon, ich erwarte mehr, sehr viel mehr. Minecraft kann sich schon mehr einfangen lassen für das Spiel. Ja, aber trotzdem, ja... Man kann doch nichts machen theoretisch, oder? Man kann aber schon Vorschläge schreiben, was man machen soll. Das finde ich gut. Ja. Die Folge nagt sich zum Ende zu, Leute. Also, noch drei Minuten, etwa bis zu 20. Ja, dann, ähm... muss ich mich verabschieden und morgen weiter aufnehmen. Denn... Ja, wie spät ist es denn? Ach, 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 ach... Ach, 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 ach... Ach, 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 ach... Keine Ahnung. Es... Ich mach jetzt was Sinnloses. Das ist Sinnlos, oder? Das ist Sinnlos. Das ist mega Sinnlos. Nein, im Wasser ist nichts. Ach, eine Wassergrille, das ist cool. Wassergrille sind immer cool. Wo waren die anderen Felder? Ich hab die letztes Mal nicht abgeendet, weil ich die Monster... Ah, doch, hatte ich abgeendet. Nun ja. Ich nehme da alles mit, alles. Alles, was geht halt. Ich muss danach noch alles aufschreiben. Also, in der neunten Folge verabschiede ich mich. In der neunzehnten Folge verabschiede ich mich. In der neunzehnten Folge... wo ganz anders so. So, so, so... So, 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 so... So. da an der Nase kratzen und schon geht es gar nicht so gut ja ich glaube wir haben genug Samen für das was ich vorhabe oder gehen wir mal wieder um Mist wir müssen hier rüber ich muss mir auch dann noch eine Axt machen ja wir gehen dann in der nächsten Prozess also eine geht sich ja noch aus du schönes Haus so das kommt jetzt alles da rein alles 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 kommt da rein dann durch mal das Steinzeug da in den anderen Pistellen so ich weiß man hat die Maus auch ich kann Chips sind schon bei 21 oh nein das wollte ich doch gar nicht ach ja ja nun ja ist das ungefähr süße Besucher nein es darf doch nicht zu so Entfalsch okay ich sag wobei dabei und wir sehen uns in der nächsten Folge Tschüssi ich Das war's für heute.